Herzlich willkommen zu Jagdmister X zur Mathematik-Olympiade 2020-21, zweite Stufe, Klasse 4. In der ersten Aufgabe finden wir sechs Sätze und diese Sätze sollen von uns vervollständigt werden. Und solltet ihr diese Aufgabe noch nicht kennen, dann haltet bitte zunächst das Video an und wir sehen und hören uns gleich wieder. Genau in der Mitte zwischen 300 und 700 liegt die Zahl. Genau in der Mitte. Und wenn wir uns das Ganze einmal mithilfe eines Zahlenstrahls veranschaulichen, diesen habe ich hier schon einmal vorbereitet, dann können wir zunächst einmal die Startzahl, also die Zahl 300 aufschreiben und die Endzahl 700 und wir suchen jetzt genau die Zahl, die in der Mitte steht, also in der Mitte zwischen 3 und 700. Und die Aufgabe ist eigentlich so einfach, dass man schon sieht, welche Zahl das sein muss. Sie muss zu 300 den gleichen Abstand haben wie auch zu 700. Wenn man das noch nicht sehen sollte, können wir das aber auch ausrechnen, indem wir zunächst einmal den Abstand zwischen 300 und 700 berechnen. Wir rechnen also 700 minus 300 und 700 minus 300, das ergibt 400. Und diesen Abstand, den teilen wir jetzt gerecht auf, denn wir suchen ja eine Zahl, die den gleichen Abstand zu 300 hat wie auch zu 700. Und wenn wir diesen Abstand gerecht aufteilen, dann müssen wir also 400 durch 2 teilen. Das ergibt 200. Und nun können wir, um die Zahl in der Mitte zu bestimmen, zu berechnen, diese 200 einfach zu der Startzahl, also zu 300 hinzufügen, also 300 plus 200 rechnen. Oder aber wir könnten auch von der Endzahl die 200 subtrahieren, also 700 minus 200 rechnen und wir erhalten dann 500 als Ergebnis für die Zahl, die genau in der Mitte steht. Es gibt auch noch eine zweite, noch eine schnellere Variante, wie ihr solche Aufgaben lösen könnt. Und zwar müsst ihr dazu einfach Folgendes machen. Ihr addiert die beiden Zahlen, die gegeben sind, also in dem Fall 300 und 700. Und 300 plus 700, das ergibt 1000. Und dann müssen wir noch die 1000, also die Summe von diesen beiden Zahlen, durch 2 dividieren. Und 1000 durch 2, das ergibt ebenfalls unsere gesuchte Zahl in der Mitte, nämlich die 500. Und ihr könnt einmal Folgendes machen, und zwar darüber nachdenken, weshalb das so auch funktioniert und sogar noch viel schneller funktioniert. Aufgabenteil B. Ihr wisst schon, der Vorgänger ist immer um eine Zahl kleiner als die Zahl selbst. Das bedeutet also, dass wir 5000 minus 1 rechnen müssen. Und dann erhalten wir als Vorgänger von 5000 die Zahl 4999. Und damit sind wir auch schon beim Aufgabenteil C. Die Zahl, Pünktchen, Pünktchen, ist um 9 größer als die größte vierstellige Zahl. Die größte vierstellige Zahl. Auch hier habe ich schon einmal etwas vorbereitet. Ihr wisst, eine vierstellige Zahl besteht aus vier Ziffern. In dem Fall aus einer Tausenderziffer, einer Hunderterziffer, einer Zehnerziffer und einer Einerziffer. Und ihr wisst auch schon, dass Ziffern immer einstellige Zahlen sein müssen, also die Zahlen von 0 bis 9. Und wenn wir jetzt die größte vierstellige Zahl suchen, dann müssen wir also jede Ziffer so groß wie möglich machen. Und das bedeutet also, dass die Tausenderziffer eine 9 sein muss. Und Gleiches gilt auch für die Hunderter, Zehner und für die Einerziffer. Das bedeutet also, die größte vierstellige Zahl ist die Zahl 9.999. Und wir suchen jetzt eine Zahl, die um 9 größer ist als die größte vierstellige Zahl. Was müssen wir also noch tun? Wir müssen die größte vierstellige Zahl nehmen, also 9.999. Und dann, da die Zahl, die wir hier suchen, da diese um 9 größer ist als diese, müssen wir noch plus 9 rechnen. Also plus 9. Und damit haben wir dann sichergestellt, dass diese Zahl dann tatsächlich um 9 größer ist. Und 9.999 plus 9, das ergibt dann eine fünfstellige Zahl, und zwar die Zahl 10.008. Aufgaben Teil D. 30 Meter und 5 Zentimeter sind zusammen. 30 Meter und 5 Zentimeter. Ihr wisst schon, dass 1 Meter auch gleich 100 Zentimeter sind. Oder dass 1 Meter 100 Zentimeter entsprechen. Und dann entsprechen 30 Meter. Wie vielen Zentimetern? Wir haben jetzt also das 30-Fache. Dann brauchen wir auch hier das 30-Fache. Also 30 mal 100. Mal 100 bedeutet, zwei Nullen an die 30 anhängen. Also sind 30 Meter das gleiche wie 3000 Zentimeter. Und dann steht jetzt hier aber nicht nur 30 Meter, sondern und 5 Zentimeter. Das bedeutet also, dass wir zu den 3000 Zentimetern jetzt noch 5 Zentimeter hinzufügen müssen. Und 3000 Zentimeter plus 5 Zentimeter, das ergibt dann 3005 Zentimeter. Also können wir sagen, 30 Meter und 5 Zentimeter sind zusammen 3000 und 5 Zentimeter. Heute ist der 9.02.2021. In 20 Tagen ist der... So was könnt ihr immer sehr schön mit Hilfe eines Pfeildiagramms lösen. Das heißt, wir schreiben uns erst einmal das Datum auf. Also der 9.02.2021. Und dann in 20 Tagen. Das heißt, es müssen noch 20 Tage vergehen. Und das können wir hier auf dem Pfeil auch einfach so aufschreiben, dass wir plus 20 Tage notieren. Also plus 20 Tage. Und wenn wir jetzt einfach den 9.02.2021, also 9 plus 20 rechnen, dann erhalten wir 29. Und wir könnten erst einmal denken, dass dann das gesuchte Datum der 29.02.2021 ist. Jetzt wisst ihr aber, dass in diesem Jahr der Februar 28 Tage hat. Also kann das nicht die richtige Lösung sein. Und wenn der Februar nur 28 Tage hat und wir jetzt aber hier den 29.02. herausbekommen haben, was bedeutet das dann? Was können wir daraus folgern? Es muss dann der 1. März sein. Also der 1.03.2021. Also in 20 Tagen ist der 1.03.2021. Im Aufgabenteil F geht es darum, dass wir es 12.45 Uhr haben. Und wir wollen wissen, wie spät ist es in 78 Minuten. Auch das können wir wieder mithilfe eines Pfeil-Diagramms veranschaulichen. Wir schreiben uns die Uhrzeit auf, also 12.45 Uhr. Und in 78 Minuten bedeutet, dass 78 Minuten noch vergehen müssen. Also wir können auch hier schreiben, plus 78 Minuten. Und für Minuten verwende ich einmal die Abkürzung. Und die Abkürzung für Minuten, kennt ihr bestimmt schon, ist so ein kleines Min. Und wenn wir jetzt zu 12.45 Uhr 78 Minuten hinzufügen müssen, dann ist es noch ein klein bisschen günstiger, dass wir uns zunächst einmal überlegen, können wir die 78 Minuten nicht noch in eine Stunde und in einen Rest aufteilen? Und ihr wisst ja auch schon, dass eine Stunde aus 60 Minuten besteht. Das heißt, wir können die 78 auch zerlegen in 60 plus 18. Oder anders gesagt, in eine Stunde und 18 Minuten. Das bedeutet also, wir müssen zu 12.45 Uhr eine Stunde und 18 Minuten hinzufügen. Fügen wir eine Stunde hinzu, dann wird aus 12.45 Uhr 13.45 Uhr. Und dann fehlen noch 15 Minuten bis 14 Uhr. Wir müssen aber 18 Minuten hinzufügen. Das heißt, wir haben dann immer noch drei Minuten übrig. Also noch 14 Uhr plus drei Minuten. Und wir erhalten dann als gesuchte Uhrzeit 14 Uhr und drei. Und damit, meine Lieben, haben wir auch schon alle sechs Aufgabenteile gelöst. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Lösen der Aufgaben. Und wir sehen und hören uns bald wieder.